Natürlich bin ich hier freiwillig. Ja hallo, ich bin der Daniel, ich bin 43 Jahre alt, bin seit fast fünf Jahren bei der Zeller Deutschland und bin technischer Leiter und Projektleiter für die Granulatfertigung. Ja, ich bin gerne bei Zeller, weil ich mich hier selbst verwirklichen kann, kann mich stets und ständig weiterentwickeln und wachse mit meinen Aufgaben. Das Besondere für mich ist, dass ich die Arbeitszeit flexibel einteilen kann. Ich kann frühes Beginn im Werk zum Beispiel, kann dann nach Hause fahren, kann auch mit meinen Kindern spielen und kann abends noch offene Themen abarbeiten. Ich kann jeden einen Job bei Zeller empfehlen, der technisch interessiert ist, der sich weiterentwickeln möchte, der sich nicht scheut, interessante Aufgaben anzugehen. Jeder, der Spaß an der Arbeit hat. Soll ich jetzt nochmal, oder? Ach, die ganze Sache nochmal? Ja, ja. Und da? Ja.